Kapitel 16 Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Ja, das ist wohl wahr. Wo sollen wir lang gehen? Ah, warte mal. In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Zwei, fünf und sieben. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Hier ist eindeutig sieben. Da ist eins. Ne, hier ist... Hier ist vier. Okay, da ist eins. Hier ist fünf. Das ist vier. Das ist drei. Das muss für irgendwas gut sein. Hm. Für irgendwas muss das wirklich gut sein. Es tut sich was. Nate, warst du das? Da unten bewegt sich plötzlich etwas. Es tut sich was. Was? Gehen wir mal zurück. 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 Oh no, das war natürlich ein Fehler. Ich wollte was anderes ausprobieren, aber... Das geht wahrscheinlich in die gleiche Richtung. Gehen wir mal zurück. Das hätte mir auch schon früher einfallen hätte können. Na ja, jedenfalls weiß ich jetzt, wie es geht und... Das wollte ich nicht, dass er da eigentlich ganz geschmeidig... Ja, 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 ja... So wollte ich das nicht... Ja, 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 ja... Wir gehen einfach... Wir gehen einfach... Wir folgen einfach die Zellen, wow. Das war... Was passiert da? Oh oh. Oh oh. Hey! Hey, geschafft! Hey, pass auf! Hey, pass auf! Oh oh oh. Ah! Hm! Wenn die Zahlen mir jetzt weiterhelfen würden. Komm schon. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Jo. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Sieht nicht gerade geschmeidig aus. Hey, Helena. Sag dir Bescheid, wenn ich was gefunden hab. Was zum Teufel? Ich glaub, das war schon richtig, wo ich war. Das war falsch. Das war eindeutig falsch. Und... Hopp. 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 Du hast doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Ich warte hier. Ich warte hier. Ja, sofort, sofort. Wieso mach ich eigentlich immer das Gleiche? Ich... Da wollte ich gerade nicht mehr springen. Ich bin auswählen auf die Taste gekommen. Ja, komm. Das kann man jetzt auch einfach überspringen. Ja, ich weiß, dieses Ding, da geht er auf und wir sind alle unglücklich. Und so. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Oh. Ja. Die hab ich aber nicht gesehen. Die hab ich wirklich nicht gesehen. Was zum? Danke, Nate. Ja. Danke, Chip. Wir gehen links. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold. Du bist es nicht. Tötet beide. Es wird ja einfach immer besser. Oh! Oh, fuck. Da bin ich ein bisschen zu weit vorgestürmt. Da bin ich ein bisschen zu weit vorgestürmt.